Hallo und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die kostenfreie Anwendung von saturn.de vorstellen. Ich denke, das Elektro-Geschäft kennt viele von euch und natürlich auch die Internetseite ist mittlerweile sehr, sehr bekannt und es gibt jetzt das Ganze auch als Anwendung, also es gibt es schon ein bisschen länger und da kann man sich zum Beispiel den aktuellen Prospekt herunterladen oder auch besondere Angebote wie jetzt hier eine DVD oder auch irgendwie Musik-Töpfe gibt es hier auch, reduziert und das Ganze kann man sich hier einfach anschauen. Auf der ersten Seite gibt es eigentlich immer so ein paar, ja super Schnäppchen, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt dann da noch eine Suchfunktion und ein QR-Code, aber gehen wir einfach mal in die zweite Kategorie, denn das sind die Produkte hier in Kategorien aufgezeigt und hier findet man die Sachen eigentlich meistens, die man haben möchte. Sagt man zum Beispiel, Foto und Camcorder interessiert mich und da interessieren mich dann Kameras. Da sagen wir jetzt einfach mal, ja, Digitalkameras und jetzt ist man hier wirklich in diesem Ordner Digitalkameras. Man kann dann hier sortieren nach Preis oder nach Marke. Zusätzlich kann man hier noch unterschiedliche Filter setzen, zum Beispiel kann man jetzt sagen, ja, ich möchte nur Canon-Dinge angezeigt bekommen, das Ganze filtern und ihr seht, wie schnell das geht und nun innerhalb von wenigen Sekunden erhält man hier diese personalisierte Suche und kann es dann hier nach und nach anklicken. Interessiert ist einen nicht, klickt man einfach zurück und schaut nochmal beim nächsten Produkt vorbei. Man sieht dann hier auch immer den Preis, unterschiedliche Bilder gibt es hier vom Produkt, dann auch noch Bewertungen, man kann sich das Ganze liefern lassen oder auch eine Abholung überprüfen, falls es gerade in der Nähe einen Shop gibt. Das kann man dann noch in den Warenkorb legen, hier einen Merkzettel empfehlen und und und. Wichtig sind natürlich auch noch die Details, die man hier von Canon bekommt, also was ist das eigentlich für ein Sensor und wie werden die Sachen gespeichert und vieles, vieles kann man sich hier anschauen, gerade bei Spiegelreflexkameras ist das natürlich sehr lang. Dann gibt es hier auch nochmal so eine Verlinkung zu unterschiedlichem Zubehör, wie zum Beispiel, ja, die SD-Karte ist natürlich sehr, sehr wichtig, ein Aufladekabel, ein extra Akku, eine Tasche macht natürlich auch öfter nochmal was her. Es gibt dann hier auch den Warenkorb, also falls man Dinge hinzugefügt hat, die einen interessieren, gibt es den Warenkorb, kann weiter einkaufen und natürlich auch später bestellen. Hier gibt es dann die Merkmiste, dort werden die gemerkten Artikel angezeigt, das ist eigentlich eine ganz praktische Sache, falls man mal später irgendwie weiter recherchieren möchte, weil man gerade keine Zeit mehr hat und zu guter Letzt gibt es dann noch hier den Ordner mehr, hier kann man sich zum Beispiel mit dem Account einloggen, den Prospekt runterladen, der circa 1 MB groß ist. Hier sieht man das Ganze, das ist der Prospekt mit 12 Seiten momentan und dann gibt es noch Informationen zum Newsletter, Kontakt, AGBs gibt es hier noch und Impressum sowie Datenschutz. Insgesamt ist natürlich am interessantesten hier dieser Shop-Bereich mit den unterschiedlichen, ja, Produkten, die man hier angezeigt bekommt, auch mit Bewertungen und, und, und. Also das ist eigentlich so der größte Bereich mit der Suche oder auch mit dieser Scan-Funktion hier. Cool ist natürlich auch noch der Warenkorb, in dem man hier eigentlich eine ordentliche Funktion hat, um Sachen einzukaufen und zu bezahlen, sich zuschicken zu lassen und auch die Dinge, also die reduzierten Sachen hier auf der Startseite sind eigentlich eine ziemlich gute Sache und wir können euch die Anwendung von Saturn.de auf jeden Fall empfehlen, die ist kostenfrei verfügbar und damit erfährt man eigentlich immer die schnellsten Infos über die besten Angebote. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, ciao!